aha ich habe es auch gewusst guck mal thomas ich habe wieder mal müll dabei das heißt ist eigentlich nicht eigentlich heißt es ja immer red muss wechsel aber diesmal nicht diesmal heißt es einfach nur wir sind schon wieder unterwegs müssen schon wieder in die stadt da habe ich gedacht ich nehme euch mal mit vielleicht kann ich meinen zugarde an der zitadelle abholen und das klingt auf jeden fall richtig cool jetzt muss ich nur schauen dass ich hier irgendwo den müll noch reinpackt ungefähr so das sieht doch gut aus so wollen wir das haben was in der stadt gemacht wird das ist geheim aber geheim ist nicht das ist egal was ich fangen möchte deswegen fangen wir das jetzt gleich und ich gucke mal was für forschungen noch offen sind und ich glaube ich muss meinen beutel noch erweitern ich habe nämlich schon wieder 200 münzen voll das heißt ich kann wieder 50 item platz kaufen da freue ich mich denn der cd rückt immer näher und ohne bälle kann ich nicht spielen das ist halt problematisch weil beim cd da geht es ja immer um die wurst wenn ihr versteht was ich meine so pupsi ist jetzt bei ihrem termin und ich habe was gesehen ist mir noch nie aufgefallen weil ich noch nie lange laufen bin snack boy guck mal kennt ihr das da steht snacks drinks 24 7 shop dein snack für zwischendurch dann ist die tür natürlich auch weil es ist ja 24 7 das heißt du kannst rund um die uhr da rein und das ist einfach hier ein kleiner raum was übrigens sehr cool aussieht da gibt es ein zigarettenautomat hier gut wipes ist extra hier auf diesem super hintergrund das sieht eigentlich richtig genial aus fernseher dabei hier nochmal leuchtreklame cheers dann habt ihr hier ein getränkeautomat mit da gibt es hier fernseher dabei da gibt es hier fernseher gibt es wodka da gibt es bier da gibt es lemon becks alles gorbatschow desperados hier habt ihr noch mal weitere getränke dr pepper mit cream soda irgendwelche eiscafés da ist jonas 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 dann habt ihr hier so ein spielautomat dann könnt ihr geld reinwerfen müsste irgendein game machen oder kriegt ihr hier natürlich haribos oh mein gott dann habt ihr hier keine ahnung das sind so was zum rauchen hier so vapes waps keine ahnung e shishas shisha to go kenne ich mich nicht aus ist nicht mein gebiet hier nochmal ein snackautomat da ist auch beefy currywurst drin normale beefy m&m's da ist eine cabri sonne erdnüsse und hier vorne das ist genialste ist dieser hässliche greifer greift dir deinen snack da packst du ein euro rein dann kannst du mit dem blöden greifarm versuchen hier hier noch so eine schmierige tüte crunch chips chips frisch funny frisch chips frisch rauszuholen wenn du pech hast kriegst du natürlich keine und hast ein euro für nix ausgegeben wow so cool wie das konzept ist und so gut wie das hier aussieht es ist auch ein bisschen wenig und ein bisschen unspektakulär trotzdem als würde ich mit der chips frisch tüten da rausfischen und hier die auswahl ich habe jetzt mit richtig heftigen zeug gerechnet aber gut das ist für viele interessant also das meine ich und dann ja kurz abends sich noch mal ein bier ziehen warum nicht wir wollen aber jetzt das zigarte an der zitardelle abholen mal gucken ob jonas damit macht so ich merke schon wir kommen immer näher hier seht ihr die pension pension zum bratwurst glöckle das ist jonas hat sich da kurz hingestellt zum bratwurst glöckle das ist auf dem weg zur zitadelle ich sage es euch ich habe das zigarte schon fast in der hand so hier seht ihr ein crypto quarter mac quarter mac was sein hut verloren hat also sein stürzhelm was er auf hatte aber man erkennt deutlich die roten augen und die dicke nase grüße an hannes der fand das nämlich immer richtig genial das quarter mac so ditte ist die zigarte zitadelle auch bekannt als kölner dom von meiningen ja da werde ich mir jetzt davor hängen und meine zigarte abholen oder auch nicht war das hier schon wieder los so besitzt jetzt hier vom la voglia ist natürlich noch alles zu aber dieser tisch war nicht angeschlossen deswegen habe ich mich jetzt so einfach hingesetzt cumulus ist zu super freunden aufgestiegen hinter mir seht ihr hier das was ich geweint habe also episch aussieht und deswegen werden wir jetzt hier mal in die forschung reingucken und vielleicht mal das zugarte abholen ich wenn ich mich recht entsinne müsste hier auf der dritten seite das zugarte erscheinen wir holen hier diese belohnungen ab pokémon erscheinen wir kriegen den zugarte würfel wo wir dann auch wenn wir ruten laufen zugarte zellen in den zugarte würfel saugen können und so weiter begegnung beginnen ein zugarte erscheinen mit 1003 das ist schon mal besser als das was ich auf dem main account hatte denn meins hatte 100.000 das hat über 1000 wir können ja jetzt mal probieren mit einfach fabelhaften würfen das zu fangen aber irgendwie haben wir schon wieder daneben geworfen so also nicht ablenken lassen noch mal eine bäre werfen in ruhe curven ball drauf zimmern und wieder daneben das gute ist es kann nicht fliehen so nehmen also die nächste wäre brauchen wir ja eh nicht ich wüsste nicht für was curven ein bisschen werfen ein bisschen jetzt ist der kreis eingestellt auf einfach fabelhaft und gerade bei raid bossen oder so solltet ihr euch eigentlich immer zeit lassen auch bei solchen sachen könnt ihr ruhig ein bisschen das mal trainieren mit den würfen weil es ja wie gesagt nicht fliehen kann er sitzt ja auch relativ ruhig in der mitte also nutzt das lernt ein bisschen das curven lernt ein bisschen die einfach fabelhaften würfe und dann ist okay ja ist gut gesagt wenn man selber daneben trifft immer aber bin ja auch abgelenkt hier sind ja auch menschen normalerweise sind ja keine menschen wo ich spiele im keller ja das ist jetzt jonas ihr hört auch jonas ja er freut sich auch der feuert einen schon an vor allem acht bälle das ist ja das was ich mein das gesehen der funkelt und glitzert also der ganze körper hat gerade so richtig smaragd mäßige action gemacht acht bälle wie willst du zum cd gehen da willst du dann acht bälle haben das bringt nix wo ich mir gerade daran erinnern selber dass ich ja eigentlich die poker box die die den itembeutel erweitern wollte habe ich jetzt so gar nicht gemacht vergesse ich bestimmt gleich wieder werf schon wieder richtig bescheuert drauf also ja das ist nix egal zu gerade ich habe noch jetzt muss ich sagen ich habe noch meisterball stimmt ja gar nicht ich war ja auch auf dem anderen account ich habe gar nichts ich habe nichts wegen nichts kann ich auch nichts machen tu mal so als würde jetzt drin bleiben 8 uhr 26 neuer pobedeckseintrag auch ist das ehrlich guckt euch das doch an drachenrude wudanfall das ding ist drache es ist aber gleichzeitig auch boden es hat sogar 15 angriff das musst du dir mal vorstellen was macht man jetzt damit ich weiß es nicht hol mal die anderen aufgaben hier noch ab zugarde an der zitadelle folge drei runen fange 20 pokemon beim folgen von ruten finde eine zugarde zelle das könnte man eigentlich ja naja heute geht es um zugarde gibt es denn in der nähe vielleicht noch eine rute wenn wir mal hier drauf drücken ruten das sehen wir hier oben ruten in der nähe da steht drei drücken wir mal da drauf ja gut das haben wir uns noch nie angeguckt deswegen drücken wir es mal weg stadtparkrute 19 minuten schlosspark 15 minuten und stadt auch 15 minuten schlosspark klingt interessant ich weiß nicht was das bedeutet hier ist ein männchen mit mal 190 ich drücke jetzt einfach mal auf die schlossparkrute ok ne die ist so weit weg die nehme ich lieber nicht ich drücke mal auf die stadtparkrute folgen wo muss ich denn jetzt hin geht zum startpunkt also hier haben wir glaube ich den start und dann geht es einmal da hinten aus und einmal davor und dann davor und da ist es dann am ende mal gucken ob ich das schaffe mit jonas jetzt irgendwie diesen weg zu gehen wir laufen mal zum startpunkt ich finde mich hier absolut nicht zurecht mal gucken ob wir eine zugarde zelle noch finden so das handy liegt jetzt auf jeden fall auf dem kinderwagen das ist perfekt da können dann nämlich einiges ablegen jonas schläft hupsi ist immer noch beim termin ich laufe jetzt hier zum start von dieser komischen route bei der gelben arena auf der brücke und laufe eine runde um den stadtpark rum oder durch oder wie auch immer so kann ich halt jetzt gerade nichts fangen und nichts machen aber ist nicht so schlimm eine hand an der kamera eine hand am kinderwagen das muss schon gehen ich weiß gar nicht wo es hier rechts rein gehen soll aber ja da ist auf jeden fall der startpunkt da kriegen wir jetzt rechts rein hier geht es nämlich perfekt einmal rechts rum da ist sogar eine brücke oh mein gott Synagogenweg was willst jetzt? ach man jetzt steht da was von Abenteuer singen das finde ich wieder total doof weil jetzt hat es die Route pausiert jetzt weiß ich gar nicht ja was ist denn jetzt ich will hier eine Route machen Digga was willst du jetzt mit deinem Abenteuer singen ja so das das ist die Arena da sitzt jemand drin das ist der Livi Baba da setzen wir uns jetzt mal dazu mit dem Bamo am besten wir kriegen sogar einen Arenaort weil wir hier noch nie waren so einmal so einmal so und folgen jetzt dieser Route da außen rum irgendwo hin bis wir dann da oben wieder raus kommen sind ja nur 500 Meter das dürfte schon klar gehen also Handy wieder hingeschmissen weiter gelaufen den Weg gefolgt und da rumgedreht habt ihr hier auch einen richtig coolen Baum wo hier alles so runter hängt und hier noch so ein so ein Ding ist wenn ihr wisst was das ist schreibt es mal hin ich sage dazu jetzt nichts bevor ich wieder was Falsches sage Jonas dein Wagen was machst du denn stell dich doch mal dahin lass den Ramses nicht mit dem Kinn allein in die Stadt aber ich stell dich jetzt so bitte schön das sieht gut aus das ist hier steht da was oder was oder wie oder wo zum Gedenken und zur Mahnung unter diesem Baum wir wollen jetzt aber der Route folgen mal gucken ob Jonas das durch hält das sieht gut aus so wir befinden uns immer noch auf der Route und überall wo ihr lang lauft erscheinen überall so heftige Gebäude hier sieht auf jeden Fall richtig genial aus wir müssen aber weiter ziehen weil Pupsi bestimmt gleich fertig ist und einen dann sucht und gar nicht weiß wo man ist wenn man selber nicht weiß wo man ist jetzt muss ich kurz anhalten weil hier steht einfach ein fettes Morro Lord da muss ich wieder an Ispo denken das versuchen wir jetzt auch mal einzutüten aha einzutüten und wir haben natürlich wieder drüber geschossen aber hey also alter sogar drin geblieben wollte ich sagen jetzt ist sie einfach ein fettes Schande eine Hytera und wieder drunter geworfen oh mein Gott aber das ist nicht drin weil es hat ja bei der Aufgabe nicht dazu gezählt Ballmerken ist auch wieder nicht eingestellt ach es ist doch alles zu Mäuse welken es ist immer noch nicht drin dieses hässliche Hytera soo wow und ihr seht ich habe immerzu Ballmangel und das ist halt total bescheuert deswegen muss ich unbedingt achso ja genau bevor ich es vergesse deswegen muss ich unbedingt in den Shop und muss mir schon wieder eine Beutelerweiterung kaufen Itembeutel 50 Platz mehr dass man vor dem Sea Day genügend Bälle sammelt um am Sea Day dann auch zu bestehen jetzt habe ich wieder gar nichts aber hier ist noch eine kostenlose Box guck mal vier Pogebälle ich habe mich noch nie so sehr gefreut über vier Pogebälle die nehmen wir mit und da vorne ist schon das Ende vor allem jetzt habe ich extra aufs Handy geguckt weil ich gedacht habe ja ich sammle noch kurz ein, zwei Pokemon bis ich wenigstens die 20 voll habe jetzt ist hier eine Zygarde Zelle obwohl da erst das Ende ist entweder ist das weil die ja auch mittendrin auftauchen können oder die haben das jetzt halt ein bisschen geändert dass sie jetzt weit vor dem Ziel erscheinen oder vielleicht habe ich Glück und am Ende erscheint sogar noch eine also so weit vor dem Ziel habe ich bisher noch keine gehabt aber ich habe das ist ja auch meine erste bisher hier drauf bei dem anderen habe ich am Anfang mal ein paar gemacht und dann nicht mehr jetzt zur Garde Zelle gefunden Drop Rate war immer 50-50 da musste man Glück haben und es gab immer nur also wenn du auf dieser jetzt gefunden hast kannst du auf dieser keine weiteren finden lohnt sich nicht fünf mal die gleiche Route abzulaufen immer verschiedene Routen ablaufen bei jeder Route hat man die Möglichkeit eine zu finden oder eben auch nicht falls sich da was geändert hat schreibt es nochmal rein ich könnte die Route rückwärts nochmal ablaufen für die Aufgabe aber werde dann keine weitere zur Garde Zelle finden das weiß ich jetzt schon da ist jetzt noch ein Sessokids das drücken wir auch mal noch an tun wir auch mal nochmal Curven tun und dann schmeißen wir das hier das ist ja wieder mal toll so wir stehen jetzt hier kurz vorm Ende von der Route hier ist nochmal eine gelbe Arena da sitzt auch wieder Levi Baba drin da setzen wir uns jetzt auch nochmal rein beziehungsweise setzt man das Hytera da rein so drehen nochmal kurz gucken nochmal kurz hier vor wir machen mal den Trick weil die ja gesagt haben es bietet sich an kurz vorm Ende der Route die App nochmal zu schließen und neu zu starten und dann das 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 neu starten das ist halt so kompliziert mit Wagen drum und dran dass das neu starten der Route der App macht dass die Zelle besser lädt und auftaucht wenn da noch eine ist aber da ist keine kann also sein dass die die war die vorhin die war die wir jetzt hätten am Ende kriegen können und die jetzt einfach eher erscheint ja oder ja keine Ahnung ich laufe jetzt trotzdem nochmal hier die 5 Meter davor also dass das endlich fertig ist hier liegt nämlich so eine Frau in der Wiese Folge 3 Route ja jetzt ist die Route nämlich fort und dieser Stop hier die nackte liegende das ist das Ziel gewesen und die liegt da drüben wollt ihr das mal sehen aus der Nähe das können wir euch jetzt nochmal zeigen und theoretisch könnte man die Route ich muss ja eh zurücklaufen könnte man die Route jetzt nochmal rückwärts laufen für die Aufgabe da liegt die nackte Frau toll wir werden die Route jetzt aktivieren ich gehe nochmal hier auf die Nearby Liste ich gehe nochmal auf Routen ich gehe nochmal auf Routen in der Nähe wir gehen nochmal hier auf Schlosspark Richtung umkehren Routen Richtung umgekehrt wer das nicht wusste das kann man umkehren sodass ihr jetzt hier den Startpunkt habt das ist aber nicht richtig jetzt ist der Startpunkt noch trotzdem da hinten Route pausieren Route beenden Route beendet nochmal drauf Route oder ist das so schlau und sagt sich weil ich hier bin dass es das hier als Startpunkt nehmen möchte Schlosspark genau drücken wir mal drauf und zeigt dass ich von hier nach dort laufen muss das Spiel ist schlauer geworden als ich dachte es sagt sich schon automatisch wenn ich hier bin dass es mir hier den Startpunkt hinlegt ihr müsst es nicht mehr umkehren also es passt sich an laufen wir das ganze Ding nochmal zurück weil wir eh zurück müssen und dann haben wir halt zwei von drei für die Aufgabe ja ich habe es schon wieder verkackt weil ich habe die Route angedrückt und bin losgelaufen und dann irgendwann habe ich gemerkt dass ich mich immer weiter entfernt habe statt der Route zu folgen obwohl ich dachte ich habe genau die gleiche und lauf die einfach nur rückwärts hat es doch irgendwie eine andere ausgewählt die noch weiter in die andere Richtung ging wodurch ich jetzt natürlich gar nichts habe vielleicht hatten die auch beide den gleichen Namen das gleiche Bild weiß ich nicht vielleicht war es ein Anzeigefehler bringen mir auf jeden Fall jetzt nichts Frage an euch trotzdem wie gut ist euer Zygarde hat das auch 15 Angriff genau was habt ihr für einen Zygarde bekommen wie viele Zygarde Zellen habt ihr gerade habt ihr schon die erste Form entwickelt ich laufe zurück Pupsi ist fertig die fragt schon wo ich bin gibt es halt jetzt keine zweite Route mehr muss ich das mal so machen wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin Peace out Vorhaut euer Ramses Jonas Jonas Schatz Stimme wieder kaputt bis dahin 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 bis dahin